hier zeige ich euch mal zwei oder beziehungsweise drei unsere tollen helferprodukte einmal jetzt hier zum beispiel auch unser schneidfest können wir nach allen seiten auch biegen das heißt ihr könnt das geschnittene zusammen biegen und gibt es so dann entweder in den kochtopf rein oder halt auch in den müll rein so dann noch unser doppelseitiger schneider das heißt der vorteil den ihr habt ihr könnt es entweder in der linken hand in der rechten oder linken hand benutzen und auch zweiseitig schneiden einmal runter und einmal rauf schneiden seht ihr so habt ihr zum beispiel so lange sachen viel schneller geschnitten so das wäre das eine jetzt kommt zum beispiel das hier das ist unser wellenschneider natürlich auch mit schutzkappe damit ihr euch auch nicht verletzt ihr setzt das so an und braucht im prinzip nur so machen ich habe dann so schön wählen bei kartoffeln wird es zum beispiel auch ganz praktisch sein seht ihr wie schön das einfach durch gleitet ihr habt dann ruckzuck eure wellen pommes gemacht